Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 24.400 US-Dollar, relativ unverändert zu gestern. Trotzdem, wir haben unser Golden Pocket, das was wir gestern drüber gesprochen haben, unser Ziel erreicht. Wurden rasch aufgekauft. Außerdem müssen wir einen Blick auf den Weekly Close werfen, weil da geht es um exakt ein paar Dollar. Ob das jetzt Bullish oder Bearish ist, das schauen wir uns im heutigen Video an. Doch bevor wir starten, wie immer, lasst dem Video wie immer gerne einen Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich wie immer gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe rein. Join, wer Bock hat auf Updates oder Signale, kommt da gerne rein. Und ja, Link unten in der Videobeschreibung. So, und damit würde ich sagen, genug Eigenwerbung gemacht. Momentan, wie gesagt, bei 24.400 US-Dollar. Wir hatten unseren leichten Abverkauf nochmal gestern oder heute Nacht bis runter auf 23.800 US-Dollar. Wir haben hier drüber gesprochen, dass dieses Golden Pocket halten sollte. Wir haben kein tieferes Tief, wir haben aber auch noch kein höheres Hoch. Weil das war gestern so dieser Punkt, wir sind nochmal hoch bis auf 25.190 US-Dollar gekommen. Haben aber hier oben die Liquidität nicht abgefrischt. Ganz im Gegenteil, wir haben hier sogar nochmal eine neue Volumen-Candle reinbekommen. Da blicken wir mal ganz kurz auf den 1-Stunden-Timeframe, wie das da aussieht. Da seht ihr, okay, da ist eine Menge Verkaufsvolumen reingekommen. Das heißt, hier oben liegt eine Menge Short-Liquidität. Das ist für mich kurzfristig jetzt auch erst einmal der erste Anhaltspunkt. Ich bin aber noch nicht von dieser ganzen Bewegung wirklich überzeugt. Warum? Darauf müssen wir mal ganz kurz auf den Weekly-Close blicken. Und da gehen wir rüber zu Binance. Schauen wir uns das Ganze mal auf dem Weekly-Timeframe an. Da seht ihr, wir haben minimal, also wirklich minimal um 1 Dollar ein höheres Hoch gebildet. Das heißt, wir haben nicht unbedingt die Liquidität nach oben hin abgefischt, sondern wir haben wirklich ein höheres Hoch geschlossen. Zumindest was diese Candle hier drüben anbelangt. Hier drüben bei, was haben wir hier drüben, 24.321, die haben wir nicht geschafft. Und da ging es eben um 1, 2 Dollar hier genau. Also es hat nicht wirklich viel ausgemacht. Trotzdem ist es jetzt nicht unbedingt dieser Weekly-Close, den ich mir erhofft habe. Klar, wichtig einerseits, wir haben über diesen 23.736 geschlossen. Das war sehr, sehr wichtig. Den WIC, ja, mini, mini, minimal wirklich drüber geschlossen. Das da drüben nicht übertroffen. Das heißt, wir sind momentan jetzt irgendwie nicht wirklich schlauer geworden, was die letzte Woche anbelangt. Wichtig für mich persönlich, erst einmal, wir haben dieses Hoch hier mit Schlusskurs überboten. Das heißt, wir haben zumindest kein höheres oder kein tieferes Hoch gebildet. Das heißt, die Aufwärtsstruktur ist erst einmal noch in Gange. Trotzdem ist es jetzt nicht wirklich das wünschenswerteste Szenario gewesen. Aber wir sehen jetzt erst einmal, dass es zumindest Bullish geschlossen hat. Zumindest, was die vorherigen Candles anbelangt. Weekly-Timeframe, bin ich nicht so wirklich überzeugt. Auf dem Daily-Timeframe sehen wir das auch ganz schön. Wir haben kein tieferes Tief. Wir sind hier weiterhin in dieser Region. Passt also alles noch sehr, sehr gut. Und vom Volumen haben wir hier oben immer noch eine Menge abzufischen. So, dann können wir wieder rüber auf unseren normalen Timeframe gehen. Schauen uns das nochmal ganz kurz im 1-Stunden-Timeframe an. Zoomen da mal ein bisschen ran. Da sehen wir, wie gesagt, Golden Pocket hat gehalten. Von hier aus ging es dann erst einmal runter. Deswegen können wir uns jetzt hier erst einmal das wegmachen und ziehen uns jetzt ein neues FIP-Level. Und da wird es jetzt interessant werden, meines Erachtens nach, von unserem High zu unserem Low, wie wir hier an dieser Grenze bei 24.667 US-Dollar reagieren. Ist für mich einerseits wegen der Ineffizienz interessant, andererseits für die, wir haben es gerade auf dem 4-Stunden-Timeframe gesehen, hier kommt dann auch noch eine 4-Stunden-Supply-Zone rein. Und es könnte dann wirklich für einen kurzfristigen Trendwechsel stehen. Denn wir haben diese Aufwärtsstruktur hier mit diesem Tief, mit diesem Schlusskurs, erst einmal durchbrochen, auch hier nochmal ein tieferes Tief gebildet. Sollten wir jetzt hier im Golden Pocket bei den 26.680 wirklich eine Rejection reinkriegen. Das heißt, ich zeichne das mal ganz kurz ein, wir gehen hier hoch, werden dann hier rejected, also kommen vielleicht nur mit einem WIG hier drüber und holen uns noch Liquidität bei 24.900, dann ist das auf jeden Fall bearish. Und dann könnten uns hier die 22.800 US-Dollar noch einmal drohen. Und darüber haben wir ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen, dass das für mich immer noch eigentlich so das wünschenswerteste Szenario eigentlich ist. Nochmal ein höheres Tief hier unten in die Region zwischen 22.8 und 22.89, um noch diesen WIG hier oben, sag ich mal, abzufischen, um das Void, die Ineffizienz hier drüben zu füllen, ist momentan für mich persönlich immer noch das Hauptszenario. Das heißt, für uns grundsätzlich, wer hier den Long mitgenommen hat in diesen Golden Pocket Stop Loss Entry und dann hier oben gegebenenfalls einen neuen Short Entry versuchen, auch mit relativ engen Stop Loss, den würde ich dann auch hier am Anfang Golden Pocket bis über das 0.786er knallen. Das heißt, 1,1% Risk absolut im Rahmen. Sollten wir natürlich da drüber schließen, dann holen wir uns auf jeden Fall die Liquidität. Sollten wir dann hier über diesen 25.200 US-Dollar schließen, ist das absolut Bullish. Und ich denke, dann gehen wir Richtung 26.000 bis 26.600 US-Dollar aufgrund auch des einigermaßen positiven Weekly Closes. Gut, aber für mich Primärszenario, jetzt erst einmal hier gucken, wie ist die Reaktion. 24.680 kriegen wir die Rejection. Dann nächstes Ziel 22.9, 22.6. Irgendwo hier unten beim Golden Pocket und bei dieser Ineffizienz. Und dann können wir mit einem nächsten Versuch, weil wir hatten jetzt im Endeffekt, wenn wir das so ziehen, 1, 2 und dann den dritten Push hier oben in das übergeordnete Golden Pocket starten. Gut, dann der Blick rüber zu Ethereum. Achso, was man noch dazu sagen muss, in den USA ist heute geschlossen. Das heißt, wir brauchen hier nicht wirklich viel Volatilität erwarten. Das heißt, für mich persönlich erstmal müssen Range Trading. Gut, dann rüber zu Ethereum, beziehungsweise sind wir schon bei Ethereum. auch hier ziemlich das gleiche Spiel. Also jetzt verlaufen wir zum ersten Mal seit langem mal wieder ziemlich parallel, was Bitcoin anbetrifft, hier bei Ethereum. Golden Pocket 0786er getroffen. Die Liquidität hier drüben leider nicht abgefischt. Bei Bitcoin haben wir es wiederum abgefischt. Also das heißt auch, ich finde Ethereum, ich sage es in den letzten Tagen immer wieder, Ethereum ist absolut schwer zu traden, weil man sich hier nicht wirklich von der Struktur, sage ich mal hier grob, passt es, was mit Bitcoin übereinstimmt. Von den Wigs haben wir uns bei Bitcoin den tieferen Wig geholt mit der Liquidität. Bei Ethereum haben wir den hier immer noch vorzufinden. Das heißt, für mich hier persönlich würde ich erst einmal Abstand nehmen, hier irgendwas zu traden, beziehungsweise von Ethereum generell. Ich würde mich weiterhin auf Bitcoin konzentrieren. Ziel weiterhin, auch hier oben, haben wir noch eine Menge Liquidität bei den 1727. Wir machen aber trotzdem mal den gleichen Move, wie wir ihn gerade eben bei Bitcoin eben gemacht haben und ziehen uns einfach mal das FIP-Level von unserem High zu unserem Low. Da sehen wir, wir sind schon hier langsam am Golden Pocket auf dem 4-Stunden-Timeframe. Das heißt, hier die Zone 1700 US-Dollar wird sehr, sehr entscheidend werden. 1-Stunden-Timeframe, mal ganz kurz gucken. Keine Ineffizienz, das heißt 1700 US-Dollar. Ja, könnte sogar problemlos durchbrochen werden. Also ihr seht hier, keine Ineffizienz. Supply viel, viel weiter oben. Erst hier am 0,786. Das heißt für mich, das Golden Pocket ist hier nicht interessant, so wie bei Bitcoin, wie wir es drüben hatten. Hier würde ich ganz ehrlich von einem Short erst einmal abraten. Hier müssen wir dann gucken, wie ist dann Bitcoin bei den 26,6. Weil dann dürfte Ethereum hier oben die 1-Stunden-Supply bei ungefähr 1706 US-Dollar angreifen. Als Stop-Loss müssen wir auf jeden Fall hier oben bei diesem Hoch von ausgehen. Dann wären wir auch bei circa 1 bis 1,1 Prozent. Also das heißt vom Risk her ziemlich gleich. Nur die Einstiege sind dann doch etwas unterschiedlich, muss man hier schon sagen. Das heißt, ein bisschen vorsichtiger hier auf jeden Fall sein. Gut, dann News-Lager, wie gesagt, gibt es momentan einfach wenig, weil wenig einfach los ist und USA heute zu ist. Deswegen würde ich sagen, hoffen wir auf einen erfolgreichen Tag, beziehungsweise auf einen entspannten und positiven Wochenstart, auch wenn der Weekly Close, wie gesagt, wir sind darauf eingegangen. Ja, Daily Close war gut von der letzten Woche, Schlusskurs war gut, aber der Weekly Close hätte für mich nochmal 100 Dollar drüber sein müssen, um hier exorbitant bullisch zu sein. Das haben wir nicht, deswegen müssen wir weiterhin die Woche noch ein bisschen vorsichtiger sein. Aber gut, neue Woche, neues Glück. Damit würde ich sagen, beenden wir das Video für heute. Wenn ihr irgendwelche Alkommunenwünsche habt, schreibt sie unten gerne in die Kommentare rein, dann werden wir uns jetzt die nächsten Tage wieder angucken. Und ja, damit einen wunderschönen Wochenstart. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen und auch mal im Zweitkanal. Link unten in der Videobeschreibung. Und ja, wir hören uns bis zum nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer.